Jingle bass, jingle bass, jingle all the way Yo meine spruligen Spritzer, wunderschönen guten Batman, Crony hier wieder mit am Start. Heute wird offiziell gemacht, was es am 6. Aka zum Nikolaus zu gewinnen gibt. Auf der Facebookseite konntet ihr schon sehen, es wird ein Messer sein. Welches Messer werde ich jetzt gleich auflosen? Hier unten der Milone hat es auch als gefällt mir markiert. Nice, er ist auf jeden Fall im giveaway auch mit dabei. Falls ihr noch teilnehmen müsst, ihr habt jetzt noch 24 Stunden lang die Chance an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ich werde es erst morgen um 8 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens oder wie auch immer, vielleicht auch erst mittags um 3 Uhr auslosen. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall 24 Stunden bis 36 Stunden Zeit noch an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Link davon ist direkt unter dem Video. Aktuell wisst ihr ja noch nicht, was für ein Messer das ist. Bevor ich euch das Messer zeige, möchte ich aber nochmal Danke an die Plank Dax sagen, die diese Woche finanziert haben. Vom 1. bis zum 7. gab es alle Skins, die er bekommen hat von Playing Dax. Haben die gesponsert. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Deren Links sind auch unten drunter in der Videobeschreibung. Deren Facebookseite, vielleicht wollt ihr ja mal Dankeschön sagen oder sonstiges. Oder ein Like da lassen. Ist auf jeden Fall ein professionelles E-Sport Team, beziehungsweise Organisation. Wenn ihr irgendwo krass seid in irgendeinem Spiel, checkt da vorbei. Die Jungs werden euch aufnehmen und supporten und fördern, wie es nur geht. Haben auch ein eigenes Trainingshaus sogar. In Peine steht das glaube ich. Wo Peine genau ist, keine Ahnung. Könnt ihr googeln. Aber da könnte man dann auch trainieren, wenn ihr irgendwo krass seid. So, soweit so gut. Jetzt zeige ich euch erstmal, welches Messer ihr gewinnen könnt. Und danach gibt es noch die Verlosung von gestern. Wer die ABP Asimov gewonnen hat. In 3, 2, 1. Tada! Shadow Dagger Sporeal Forest. Sind auf jeden Fall nette Analplugs. Richtig nette Analplugs. Gefallen mir auch echt gut. Ist mal was anderes mit zwei Messern rumzulaufen, anstatt nur mit einem. Das ist auf jeden Fall das Nikolaus Geschenk. Das könnt ihr heute auf der Facebook Seite gewinnen. Ich werde hier jetzt auch noch was draufschreiben. In Anführungszeichen signieren. So, schreiben wir Cronies Analplugs mit drauf. So, dann wisst ihr auf jeden Fall, das sind die echten. Das sind die einzig wahren Cronies Analplugs. Die sind nice. Hier könnt ihr sie nochmal angucken. Auch gesponsert von den Playing Ducks. Und die könnt ihr jetzt gewinnen auf meiner Facebook Seite. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, steht auch hier unten drin dort. Einfach auf Facebook Seite liken und diesen Post teilen. Dann seid ihr automatisch mit dabei für die Analplugs. Dann könnt ihr diese Analplugs gewinnen. So, was fehlt jetzt noch? Genau, jetzt müssen wir noch einen Gewinner auslosen von der ABP Asimov, die es gestern zu gewinnen gab. What the fuck? Die Preise sind eh unnormal. Jedes Video gibt es zwischen 10 und 50, 60 Euro. Holy fucking shit. Jetzt gucken wir mal, wie viele Leute haben daran teilgenommen. 1.002. 1.002 Leute haben daran teilgenommen. 1.002. Und drücken hier in 3, 2, 1, go. 266. Oh, jetzt müssen wir erstmal die 266 finden. Ist es schlauer, dass wir da von vorne anfangen oder von hinten? Hier sind wir aktuell erst bei 100, 130. Das sind wir immer noch nicht bei 200. Immer noch nicht bei 200. Immer noch nicht. Oh doch, hier waren wir ungefähr richtig. 266, ja. Der Bloody Red hat die ABP Asimov gewonnen. Wir schauen jetzt mal in sein Profil. Ist aus Deutschland. Perfekt. Hat 150 Stunden Spielzeit. Ist auch in Ordnung. Und hat noch keine Items, Alter. Optimal. Jetzt gucken wir nochmal, ob er doppelt gepostet hat. Gucken wir nochmal, wo war er nochmal, der Schlingel? Hier. Gucken wir, ob er doppelt gepostet hat. Und ob ich gleich nochmal neu auslosen muss. Nein. Er hat nur einmal gepostet. Fett. Er wird die Nummer auf jeden Fall bekommen. Und ja Männer, dann lasst ihr euch das Messer schön schmecken. Die Shadow Deggers auf der Facebook Seite schön schmecken lassen. Und dann sehen wir uns heute Abend nochmal. Ich lade nämlich nochmal ein Video hoch. Und das wird ein One on One Battle gegen den Kami sein. Wer wen rasiert, seht ihr heute Abend. Aber ihr insgeheim wisst das schon, ha? Dann haben wir Spider-Man. Ja.